In Zukunft sollen St. Galler selber bestimmen, wie viel ihr Gemeindepräsident verdient. Das fordert mindestens die Initiative von einem überparteilichen Komitee, das gestern eingereicht wurde. Dass ihnen den Lohn schon bald diktiert werden könnte, stösst vielen Gemeindepräsidenten sauer auf. Es gibt aber auch Ausnahmen, Daniel Sager. Toni Thoma ist in der Reihe der Gemeindepräsidenten ein Exot. Denn anders als viele von seinen Kollegen, weil er, dass seine Bürger bestimmen können, wie viel er Ende im Monat im Portemonnaie hat. Darum hat er mit anderen Politiker zusammen die Initiative mit dem Namen «Behördenlöhne für das Volk» eingereicht. Ich denke, es ist nicht opportun, dass die Behörden, die gewählt werden, sich auch den eigenen Lohn geben. Das ist eine ganz grundsätzliche Haltung. Und ich glaube, es wäre auch eine Chance für die Gemeindepräsidenten, ihren Lohn zu erklären und auch durch die Bürgerschaft legitimieren zu lassen. Heute verbietet das kantonale Gesetz, dass der Bürger Einfluss auf den Geldbeutel der Gemeindepräsidenten nehmen kann. Die Initiative will dieses Gesetz kippen und es ermöglichen, dass alle Löhne von gewählten Behördenmitgliedern einem Referendum unterstellt werden können. Weiterhin unantastet sollen die Löhne der Verwaltungsangestellten bleiben. So populär das alle getönt, auf der Strasse sind die Meinungen geteilt. Der eine Aspekt, das Finanzielle, die Entschädigung, aber auf der anderen Seite ist auch die Leistung, die man müsste prüfen und anschauen und vergleichen mit der Entschädigung. Und das wird natürlich dann nicht unbedingt gemacht oder kann nicht unbedingt gemacht, kann nicht überall gemacht werden, in jedem Fall. Und das macht es für mich auch ein bisschen fraglich, ob es richtig ist. Wir würden es gut finden, wenn wir auch mitbestimmen könnten, wie viel das der Gemeindepräsidenten verdienen dürfen, respektiv nicht verdienen dürfen. Weil es unsere Steuergelder sind und wenn der nichts bringt, soll er noch nicht viel verdienen, wie in der Privatwirtschaft. Eine Medienrecherche aus dem letzten Jahr zeigt, dass die St. Galler Gemeinde- und Stadtpräsidenten im Durchschnitt 14'000 Franken im Monat verdienen. Einer dieser Gemeindepräsidenten, der den Bürger auf keinen Fall über sein Portemonnaie bestimmen lassen will, ist Robert Ratz von Thal. Ich denke, sehr viele Leute leben von den Steuergeldern. Wenn man Strassen baut, sind damit Steuergeldern finanziert. Es geht immer um die Gemeindepräsidentinnen und deren Präsidenten und es ist einfach langsam stossend. Wie gesagt, wir haben doch wichtigere andere Projekte, die wir im Kantor St. Gallen angehen und bearbeiten sollen. Und es soll irgendwann auch mal genug sein mit diesen Löhnen. Der Verband der St. Galler Gemeindepräsidenten sagt auf Anfrage, man hätte noch keine Position zu den Initiativen gefasst. Zur Abstimmung kommt das Anliegen frühestens mitten nächstes Jahr. Dann können die Bürger zeigen, ob sie ihren Gemeindepräsidenten mehr auf die Finger beziehungsweise ins Portemonnaie schauen wollen. Mit den Debatten um die Löhne der St. Galler Gemeindepräsidenten sind wir am Ende der News. Um Geld geht es aber auch bei dir, Dominik. Bei mir oder besser gesagt beim Martin Spieler. Im Geld gibt er heute Antworten auf ganz ärgerliche Fragen, z.B. darauf, was man machen muss, wenn man z.B. seinen Ehering verliert. Wir alle haben Sachen, die uns besonders wertvoll sind. Das kann ein Erinnerungsstück sein, eine schöne Uhr, ein spezielles Schmuckstück oder auch ein Bild oder andere Gegenstände, die einem ans Herz gewachsen sind. Leider können aber Diebe und Einbrecher keine Mitgefühle, wenn sie zuschlönen. Darum reden wir heute über Kunst- und Wertsachenversicherungen und gehen der Frage nach, ab wann sich die überhaupt lohnen und was genau wie versichert ist. Die Rubrik Geld gibt es gerade in ein paar Minuten. Und falls Ihnen zu Hause etwas abhanden kam, dann hätten Sie am Flohmarkt vom Theater St. Galler vorbeischauen können. Im Foyer hat es von diversen Masken über Luftfächer bis zu mehr Jungfrauenkostüme so ziemlich alles gegeben. Und das erst noch zu guten Preisen. Vom Theater sind nämlich Requisiten von alten Vorstellungen unter den Hammer gekommen. Unter anderem auch eine Perücke oder Hochzeitskleider. Man konnte sich dort also eindecken, bis einem träumlig geworden ist. Der ganze Beitrag und auch, wieso die Leute an den Theaterflohmarkt gegangen sind, das erfahren Sie nach einer kurzen Pause und dem Wetter. Bis dann.